Oh, wieso trifft er denn nicht? Was ist los, Erz? Oh, voll Rückengesack. Was ist los, Erz? Was ist los, Erz? Steh auf! Scheiße! Schon krass, wer war das denn jetzt? Oh, oh, oh! One-hit! Scheiße! Du Sack! Voll in den Kopf! Das war jetzt mies! Vielleicht war von ihr, du! Aber das ist ganz cool, so das Training, ne? Oder findest du nicht, dass das Training ganz gut ist? Ja! 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 Das ist ganz, ganz gut, aber wieso liegst du so lange? Ähm... Ich steh schon wieder! Weil du mich einfach mal ins Nirvana gehittet hast? Ja! Das war jetzt ungünstig! Scheiße! Ich hab überhaupt gar zu mir gezielt! Das dauert jetzt! Ich muss mal kurz was trinken! Ich muss mal kurz was trinken! Wie sicher? Ja! K fresh! Ja! Ja, nee! Ja! so ich habe jetzt null und null punkte scheiße echt so übel dann hätte ich sich besser getötet voll aus dem Leben gekickt scheiße ich habe, ne ich habe kaum das Lächeln gemacht aber gleichzeitig, ich bin exakt, genau dann habe ich zugeschaut ja stimmt, habe ich auch gesehen ja